aber wann ist das gucken wo wir hin müssen bevor wir jetzt losfahren an karlichten ich habe gemacht rekt wo ist das warte lass mich mal ich sehe deine hand ja ja dann los captain ok wohin müssen wir nach süd ok einmal durch den sturm sagte ok es fängt an zu regnen aber immer liegen ausgucken gehen muss ich das wasser unbedingt raus schöpfen ja dann kannst du auch fahren und ich hörte raus geht das so auch ja nicht wenn du es mir ins gewinnsicht wirft ja das ist kein wasser mehr da nein es hat aufgehört zu regnen ich gehe nun ausgucken jo gehe eher ausgucken land in sücht das war eine richtig dumme idee gerade banana 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 aber das spiel macht echt spaß zu streamen ja so ja pokémon snap macht spaß snap sieht gut aus lustige momente deswegen habe ich ja auch mir geholt die vorgänger teile in den vorigen teil gespielt haben das macht einfach von vielleicht werde ich das sogar stream mal gucken captain captain man soll ich anker lichten noch nicht warum hast du auch snap steam war ich echt gut umgesetzt auch die fotos kann jetzt mehr fotos machen die grafik sieht mega geil aus die pokémon sind auch gut gemacht als mir gefällt echt gigantisch lass uns mal was wollen wir zudem zu dem streiter vorne bevor wir hierhin gehen wenn das nicht zu weit weg ich kann ich du gerne drauf loslegen und ein michael ich fand ganz gewiss netz von vorne an wohl vielleicht doch wenn es das ist was ich denke dass es ist dann war es bei so einem versunkenen schiff da kam ein ähnlicher strahl raus am himmel da haben wir die geile truhe gefunden okay aber cap nicht sehe nichts ja ich weiß mir ist es egal wir können auch zurück zu der insel hast du schon mal geguckt wie weit das weg ist niemand sieht das halt nicht auf der karte ja dann lass uns wieder umdrehen dann machen wir das das nächste mal wenn wir etwas näher dran sind das kann sich jetzt auch noch ewig so weiter ziehen wer weiß vielleicht begegnen wir ja wieder freunde die uns abknallen ne ich hab pokémon snap noch nicht durch ich lass mir da ein bisschen zeit wenn man blacky michael der arzt durch ich hab's noch nicht durch deswegen kann ich ja das team wo ich sah wo ich noch wo ich gerade bin dann kann ich ja doch da weitermachen ja ich hab's noch nicht durch wie gesagt neid noch nicht am donnerstag kriege ich eine ich habe mir eine bestellen am donnerstag kommt sie dann wird sowieso erst mal eingestellt und freitag samstag werden wahrscheinlich keine zeit haben oder so ich weiß noch nicht genau muss ich erst gucken aber am sonntag habe ich vor zu gucken oder zu versuchen switch zu screen sie sind habe ich habe mich jetzt habe ich habe ich ab und michael ja gefragt was sie gern für im spiel sehen wollen was ich habe ich habe実elt dieselbe insel 영상 ja das heißt da können wir jetzt auch wieder belagert werden auf sein kommando warten wir sind ein bisschen weit von land weg oder warte wir drehen noch mal eine runde was und haben beide dasselbe gern jetzt meinst du michael wo das tobi da steht ein mpc oder war es darf ich töten am besten ein headshot ich trinke nur am wochenende an der vogel hat eine suche ein ende in fünf schritten gehen süden die schaufel in die hände ja sie habt so ziemlich dasselbe geantwortet warte hier sind wir doch versenkt worden auf dem anderen server ja jetzt müsste man nur noch ein tümpel finden hier schneider keine drohe captain ja wie war das tümpel der was tümpel an der vogelscheuche neben den seisten tümpel im inland hat seine suche ein ende tümpel an der vogelscheuche ok hier ist rüber was hmm Okay. Ich sehe leider keine Fuglschreie hast du gerade was gefunden ja kiste mit exotischer seite und der flaschen post captain hier leuchtet was rot das auf ich habe die drohe noch in der hand alles klar siehst du das hier im wasser ja aber ach so das ist so ein teil da müssen wir schaden machen aber wenn wir zu nah ran gehen dann bekommen wir schaden dann bist du mit kanonen oder so drauf schießen kommen im schiff aus da bekommst du dann so mehr jungfrauenkristall wenn du gut verkaufen kannst soll das hier nur vogelschweiß zeig mal was ich ja auch wie ein kreuz aber nicht wie eine vogelscheuche oder benutzt es mal als vogelscheuche mal gucken was rauskommt fünf schritte gegen sie 12345 hier kannst du dich hier kannst du erst wieder wurde das ist es also nicht wie ist es noch mal vogelscheuße am seisten tümpel im inland ich habe eine fast kugel gefunden ok danke captain vogelscheuße am seisten tümpel im inland bei shipwreck bay wir haben den server gewechselt haben uns mal eingekleidet sind die bei dir sind die bei mir aber ich sehe auch keine vogelscheuchen musikalische stellen da habe ich wieder so einen komischen toten dünchster ja was beschießt uns ok captain ich habe die truhe des captains gefunden warum soll ich die hühner killen steven gibt fleisch wo die hühner kann man ja töten und schlankst keine hühner aus zelda sind das könnte ich doch zum beispiel stream zum beispiel grave of the wild was brauche entertainment brauche entertainment in dem ich hühner töte wehrlose arme hühner weißt du wie es ist ne in skyrim hühner töten passiert nicht tötest du hühner in zelda bist du tot aber sowieso tot ich kenne doch ein link to the past wie mich auch zelda sogar 1 was ist ja es wird beschossen aber ich weiß noch nicht von wo oder zeigte ich noch mal vom schluss noch mal vogelscheuche ja was trinke so viel grog dass deine pierre geraten schlecht wird hier wurde vom halbgaren essen schlecht wie lange geht es weiß ich nicht schießt du ja das war ich gerade okay das wird es kaum sein das steht sie dass eine super beschreibung gewesen vogelscheuche neben dem seisten tümpel im inland das ist der einzige blöde tümpel hier ja aber wo ich die frohe was ist wenn sie den felsen hier mein könnte man versuchen das werden die nicht mein weil wir müssen in die richtung und wenn was von hier aus machen 1 2 3 4 5 aber neben dem baum vielleicht oder so das ist der einzige tümpel hier ja ja das ist der einzige tümpel hier ja okay ich bin kurz geschluckt an der vogelscheuße neben dem seisten tümpel im innenland hat seine suche ein ende nimm in fünf schritten gehen süden süden die schaufel in die hände neben dem tümpel im innenland das ist der einzige tümpel den es im land gibt da stimme ich dir zu jetzt ist die frage was ist als neben definiert das ist natürlich wieder gute frage und das ist die frage wissenschaftlich vogelscheuchen neben dem tümpel im inland hier oben ist auch nichts tümpelhaftiges oder scheißenhaftiges ich habe eine idee die wäre ich guck mal auf die karte ob es auf der insel noch irgendwo was anderes wesentliches gibt nicht nicht Wow. da sind noch zwei skelette was ist hier als vorgescheuße definiert wahrscheinlich ganz anders wie wir zwei waren du hast einen schatz entdeckt andere bist du noch da oder bist du da ich habe nämlich eine munitionskiste 50 von 50 gefunden kannst du einmal für mich nachgucken und zwar warte ich mal ganz kurz in sicherheit zumindest ein bisschen auf shipwreck bay kannst du da mal nach dem begriff vogelscheuße gucken das wäre super weil ich drehe gerade ein bisschen durchs und robin ist auch schon dabei ich habe keine gefunden ist jetzt ne ich auch nicht wie gesagt das einzige vogelscheuße was was ich gefunden habe war dieses komische kreuz aber das war es ja auch nicht dass hier ist auch keine wirklichen vogelscheuße beziehungsweise ist auch nicht wirklich in der nähe vom tümpel oder daneben auch nicht das hier zählt auch nicht als vogelscheuße weil das ist doch ein tiefes mit dem skelett 1 2 3 4 5 ja können wir knicken hast du geschossen ja 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 ja